Ich war auch mal in Kämpfen, ja? Ich hab so einiges an Erfahrung in Untergrund, Amateur und regionalen Kämpfen. Ich hab sogar einen WFA-Titel. Und ich hab's für den Großen geschafft. Das sollte der Anfang zu was ganz Großem sein. War's aber leider nicht. Eine verdammte Verletzung. Ich hab mich schon immer sehr genau mit der Technik befasst. Also hab ich Davis MMA gegründet. Bei uns, da wird gekämpft. Wir formen Champions. Du könntest dazugehören. Schau doch mal bei uns vorbei. Gut, gut. Noch fünf Sekunden. Na los. Zeig's mir. Los. Drei. Zwei. Eins. Okay, stopp. Hervorragend. Hey, wen zieh ich denn da? Hey. Willkommen in meinem Gym, wo ich Champions mache. Du hast erneulich mit viel Herz gekämpft. Und daher wundert es mich nicht, dass du jetzt schon wieder fit bist. Und du hast eine Menge Talent. Danke. Jetzt kümmeln wir uns mal ein bisschen um deine Technik, okay? Okay. Manche Leute denken, kämpfen ist einfach. Allerdings, wir zwei wissen's besser, oder? Es ist mehr wie Schach. Du hast verschiedene Figuren und musst wissen, wie du sie einsetzt. Bei den Besten sieht das einfach aus. Aber es ist harte Arbeit und viel Kopfsache. Ich hab dich kämpfen sehen und weiß, dass du's drauf hast. Also zieh dich um. Ich warte hier auf dich. Okay. Alles klar? Welcome. Danke. Okay, los. Pause ist vorbei. Schlag zu. Ja, gut so. Ich weiß, du kennst das alles schon. Das sind die Basics. Aber ich fang trotzdem gern ganz vorne an. Alright? Wenn du nicht weißt, wie du deine Schläge setzen, Kombinationen laden kannst und deine Ausdauer im Auge behältst, dann kannst du dir alles andere auch gleich sparen. Verstehe. Also, hör mir einfach zu, folge meiner Anweisung und setz es um. Okay? Gut. Let's go. Okay. Okay, bearbeiten wir mal den Boxsack. Achte auf meine Anweisung. Okay? Okay? Ich will haken sie. Super Treffer. Los! Uppercuts jetzt! Weiter, weiter! Supermann, so will ich das sehen. Supermann, so will ich das sehen. Junge, gut gemacht. Nice! Okay, ich will deine Overhands fliegen sehen. Jetzt, tut doch was! Jetzt, tut doch was! SPACE! Verpass ihm ein paar gerade! Genau so! Klasse, Greffer! Schlus! Kombinier deine Angriffe! Du, endlich war's! 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 Das ist die Kunst. Leichter gesagt als getan. Also, Hände hoch und denke an die Beinarbeit. Let's go! Okay, heute geht's ums Time. Du musst den richtigen Moment ab, du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du gewinnen willst. Blocken, du, endlich war's! Du musst blocken! Du musst blocken! Du, endlich war's! Und du, endlich war's! Du, endlich war's! Du, endlich war's! So muss das! So muss das! Du, endlich war's! Du, endlich war's! Du, endlich war's! Und du, endlich war's! Du, endlich war's! Du, endlich war's! Du, endlich war's! Dann hock! Du, endlich war's! Untertitelung des ZDF, 2020